Heute bauen wir diesen richtig coolen Button. Wenn ihr hier mit der Maus in die Nähe kommt, seht ihr, dass dieser Button sich animiert und mein Mauszeiger folgt, egal wo ich bin. Ich kann ihn anklicken, wenn ich möchte, in dem Moment, wenn ich in seine Nähe komme. Und das funktioniert natürlich mit allem, also nicht nur mit einem Button und jetzt diesem Icon hier, sondern auch mit Elementen, Überschriften, mit was euch auch einfällt. Und wie das alles funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Wie ihr gerade gesehen habt, geht es heute um ein bisschen Animation, ein bisschen coole fancy Geschichten für eure Webseite. Man kann das adaptieren für ziemlich alles. Es müssen nicht nur Buttons sein, sondern diese Magnetic UI ist ein richtig cooler Trend, den ich auch auf meiner neuen persönlichen Homepage definitiv einsetzen werde. Dazu kommt in Zukunft vielleicht mehr. Ansonsten, was nutzen wir in diesem Video? Wir nutzen hauptsächlich JavaScript, ein bisschen CSS hier in der Preprocessor-Variante SAS bzw. SCSS. Und wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr mir einen Link zu Discord, wo ihr dieser Community Join Hallo sagen mit euch im Gleichgesinnten austauschen könnt. Aber ansonsten, ja, legen wir jetzt los und auf geht's. Viel Spaß. So und los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Wie immer geht es erstmal los mit einer kleinen Erklärung meines Setups. Hier in der Seite seht ihr Chrome, hier an der Seite seht ihr Visual Studio Code mit meiner Standardentwicklungsumgebung. Hier habe ich eigentlich nichts verändert, bis auf, dass ich hier ein Icons-Ordner erstellt habe und hier drin liegt ein Magnet.svg, also ein Magnet-Icon. Aber das ist natürlich ganz egal für dieses Tutorial. Das kann auch irgendwas anderes bei euch sein oder ein ganz anderes Element. Ansonsten werden wir die MainJS nutzen, die StyleCSS, also die StyleSCSS hier und die IndexHTML. Und damit legen wir jetzt los und bauen uns erstmal unseren Quellcode. So los geht's mit dem eigentlichen Coding. Das Erste, was wir machen, ist, wie gesagt, ein bisschen HTML konstruieren. Und hier ist wiederum unser erstes Problem. Wir brauchen eine äußere Kante unseres Effekts, also quasi der Bereich, ab wann unser Effekt anfängt, sich zu animieren und bis wohin unsere Childelemente sich animieren können. Hierfür nutzen wir in diesem Fall einen einfachen Button. Diesem Button geben wir eine CSS-Klasse, in diesem Fall einfach MagneticContainer. Das muss kein Button sein, das kann auch ein Div-Element sein, das kann ein Bild sein, eine Section, was auch immer quasi die äußere Kante darstellt. Man braucht aber eine Klasse, in unserem Fall nennen wir die halt MagneticContainer. Außerdem gibt es einen sogenannten Hintergrund. Also wir haben hier quasi eine Ebene in unserem Parallax. Wie ihr gerade gesehen habt, einfach so einen runden oder ründlichen grünen Blob, den wir da hatten. Das machen wir mit einem Div-Container und den nennen wir MagneticBackground. Außerdem brauchen wir auf der obersten Ebene ein weiteres Element. Das ist bei uns auch ein Div-Container mit einer Klasse und zwar MagneticElement. Das ist quasi in unserem Fall das Icon, das sich bewegt. Das kann natürlich auch etwas anderes sein, wie ein Schriftzug, ein Bild, was euch immer einfällt. Bei uns ist es wie gesagt ein Icon, in unserem Fall ein Bild und hier kann ich jetzt einfach sagen, okay, das liegt in unserem Assets-Ordner und hier gibt es den Ordner Icons und hier Magnet.svg. Wenn ich das Ganze abspeichere, habe ich jetzt unser Icon erschaffen. Man sieht das hier, aber natürlich gibt es noch keinen Effekt, keine Animation und nichts und wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass das Ganze so aussieht, wie es später aussehen soll. Dafür brauchen wir CSS und damit geht es jetzt weiter. So, wie gesagt, geht es jetzt weiter mit der Optik und zwar mit CSS bzw. SCSS. Und weil wir relativ häufig auf eine Größe zugreifen müssen, definiere ich mir als erstes mal 10rem als Größe unseres Buttons als Variable, dass wir das nicht andauernd neu definieren müssen. Außerdem müssen wir als erstes mal damit anfangen, unseren Hauptcontainer zu gestalten. Deswegen sage ich jetzt MagneticContainer, wollen wir gerne ansprechen. Da wir hier einen Button haben, brauchen wir zwei Standardbefehle, nämlich einmal Border-None und Background-Color-Transparent. Wenn ich das mache, sehen wir, unser Button hier ist verschwunden, weil unser Button hat eigentlich quasi keine Hintergrundfarbe. Damit dieser Magnetic-Effekt entsteht, sollte man das Element am besten nicht sehen. Für die erste Übung lasse ich hier aber mal rot drin, das werden wir aber gleich wieder rausnehmen. Das nächste, was wir brauchen, weil wir unsere Child-Elemente absolut positionieren wollen, brauchen wir einen neuen Referenzpunkt und das erzeugen wir mit Position-Relative. Ab dem Moment werden nämlich alle Childs, die wir jetzt mit Absolute positionieren im Anschluss, werden an unserem MagneticContainer und nicht mehr an dem eigentlichen Wrapper des Fensters, also nicht hier oben an der Ecke, sondern quasi an der Ecke hier ausgerichtet. Außerdem wollen wir gerne ein bisschen Padding erzeugen, also einen Innenabstand. Dafür machen wir Padding und dann sagen wir Size und machen hier einfach mal 0.8. Also wir wollen nicht ganz, sondern so 8 Rem in alle Richtungen. Jetzt ist das hier schon mal deutlich größer geworden. Außerdem müssen wir noch einen Außenabstand löschen und wir wollen gerne, dass alle Elemente innerhalb unseres Buttons zentriert sind. Das machen wir mit Display-Flex, Align-Items-Center und Justify-Content-Center, damit beide Achsen, also Y und X quasi komplett zentriert sind. Außerdem wollen wir, wenn wir mit der Maus über unserem Button sind, gerne einen Cursor-Effekt, also dass, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehen, gehe, dass wir diesen Klick-Effekt haben, das erzeugen wir mit Cursor-Pointer. Jetzt machen wir mal weiter und gestalten unseren eigentlichen Hintergrund. Dazu definieren wir jetzt innerhalb unserer CSS-Klasse Magnetic-Container eine weitere Child-Klasse, nämlich Magnetic-Background. Und Magnetic-Background bekommt als erstes eine Hintergrundfarbe. In unserem Fall ist das einfach mein Standard-Grünton und wir wollen, dass das bitte jetzt erstmal eine gewisse Größe hat. Dafür nutzen wir Size und machen hier 0.6, weil wir wollen, dass dieses Child-Element natürlich nicht genauso groß ist wie unser Button. Wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir hier drin einen kleinen vierkigen Bereich, aber der ist natürlich noch nicht ansatzweise richtig positioniert. Und vor allem habt ihr gerade gesehen, das ganze Element ist größer geworden, weil quasi unser Background in das eigentliche Element mit reinzählt. Und um das zu tun oder um das zu revidieren, müssen wir jetzt Position Absolute hinzufügen, was dafür sorgt, dass jetzt unser Element quasi über unserem Hintergrund liegt und nicht mehr in die eigentliche Größe unseres Parents, also unseres Magnetic-Containers, das reinzählt. Was wir auch noch brauchen ist, damit das quasi richtig angezeigt wird, sagen wir Z-Index 1. Das ist einfach die Ebene, auf welcher Ebene quasi unser Background gerendert wird. Und wir müssen ganz, 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 ganz wichtig, das Ganze rund machen. Das machen wir mit Border Radius und beziehen uns hier auch wieder auf Size, neben hier 0.2. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, haben wir hier so einen runden Bereich. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus, aber das wohl Wichtigste für uns ist, wenn wir mit der Maus später hier reingehen und jetzt hier drauf sind und hier quasi unser Event tracken auf unseren eigentlichen Magnetic-Container, also auf den roten Bereich, und ich jetzt mit der Maus über unseren grünen Bereich rübergehen würde, dann würde unser Mouse-Over-Event aufhören zu existieren, weil wir dann ein Mouse-Over-Event über diesem grünen Bereich hätten und nicht mehr über den ganzen Button. Um das zu verhindern, brauchen wir ein CSS-Befehl und dieser nennt sich Pointer-Events-Nun. Damit wird jetzt quasi dieser grüne Bereich nicht mehr von unserem Cursor bzw. auch später von JavaScript getrackt. Außerdem würden wir gerne noch einen kleinen Hintergrund-Schatten erzeugen und das machen wir mit Box Shadow. Hier sagen wir 0 Pixel, dann sagen wir Size und hier 0.3. Also wir wollen das Ganze ein bisschen größer machen, also sagen quasi, dass das Ganze so ein bisschen nach runter rutscht. Dann wollen wir das Ganze natürlich noch verblurren, also sagen wir einfach nur Size, dann soll das aber nur auf, also soll das quasi nicht rübergezogen werden auf die andere Seite und wir definieren uns mit RGBA noch eine Hintergrundfarbe. In dem Moment haben wir jetzt hier eine Color und wenn ich hier transparent definiere, sehen wir, wir haben jetzt so einen schönen Glow-Effekt. Das ist einfach allen optisch, das könnt ihr bei euch natürlich weglassen, wenn ihr wollt. Prinzipiell lasse ich jetzt aber dieses Rot hier erstmal drin. Wie gesagt, ihr müsst das hier später auf transparent stellen, aber auch gleich für den JavaScript-Part ist das wichtig zu wissen, ab wann wir hier quasi triggern. Um unser Icon zu definieren, müssen wir jetzt natürlich unsere Klasse MagneticElement ansprechen und hier sagen wir als erstes Z-Index einfach mal zwei, damit sich unser Icon über unser eigentliches Hintergrund-Element zieht, aber wir müssen hierfür auch noch eine Größe definieren. Das mache ich auch einfach mit Höhe und Weite. Jetzt sehen wir, unser Icon ist schon mal sichtbar geworden, aber wir müssen auch hier mit unserem Pointer-Event, also mit dem hier unten, müssen wir auch hier verhindern, dass das quasi in unserem JavaScript-Code für Probleme sorgt und wir müssen das Bild noch komplett korrekt ausrichten. Dafür füge ich hier einfach nur Image ein, sage Höhe 100% und Vertical Align Bottom, dass das Image quasi genau hier unten ausgerichtet wird. Jetzt ist das ein bisschen besser formatiert und in dem Moment sind wir hier mit unserem CSS-Code auch schon fertig. Das Rot lasse ich drin. Wie gesagt, ihr müsst später bei euch transparent hinzufügen, dass das Rot weg ist und es so aussieht, aber für JavaScript ist es gleich deutlich einfacher, wenn wir diesen Bereich anzeigen, damit man weiß, was hier eigentlich Sache ist. So, und los geht's mit dem eigentlich spannendsten Part und zwar geht es jetzt los mit JavaScript und das Erste, was wir brauchen ist, wir müssen uns unsere Buttons definieren. Das machen wir über die Erstellung einer Variablen und hier greifen wir auf Document zu, also direkt auf unser gesamtes Dokument und hier suchen wir mit Query Select All alle Elemente, die einem bestimmten Selektor entsprechen und zwar in unserem Fall der Klasse Magnetic Container. Also wir haben jetzt quasi alle Buttons, die die Klasse Magnetic Container haben als Liste zusammengefasst und können jetzt mit einer ForEach Schleife über diese einzelnen Elemente drüber gehen und hier sagen wir, wir würden gerne ein Event Listener einzufügen, aber hier nicht nur ein Event Listener, sondern natürlich ein Event Listener, wo wir eine Funktion starten. Als Erste starten wir die Funktion Move, aber nicht nur Move, sondern wir brauchen das insgesamt drei Mal und sagen einmal, wir haben ein Event Listener, der die Funktion Start aufruft und ein Event Listener, der die Funktion End aufruft. Aber welche Event Listener sind das? Move macht natürlich Mouse Move, also dann, wenn wir hier drüber gehen, soll sich etwas animieren. Dann soll etwas passieren, nämlich wenn wir das Ganze starten. Also wenn ich hier reingehe, soll ein Event ausgerüst werden, der zu Beginn einmal kurz einen Transition Effekt einblendet, der danach aber wieder verschwindet, weil ein Transition Effekt zusammen mit dem Tracking von Mouse Move würde zu so einer ekligen Latenz führen. Das wollen wir vermeiden. Außerdem, wenn wir quasi den roten Bereich wieder verlassen, wollen wir ein Mouse Leave Event ausführen, um quasi dieses grüne Element und das Icon wieder in die Mitte zu schieben, egal wo ich gerade bin. Wenn wir das Ganze speichern, funktioniert das natürlich nicht, weil unsere drei Animationen natürlich noch nicht existieren. Und zwar brauchen wir hierfür einfach eine Function als erstes Move, die greift auf unser Event zu und das Ganze brauchen wir natürlich dreimal. Zack, und zwar haben wir einmal auch noch Start und wir haben natürlich End. Das Ganze speichern wir jetzt ab, aber es passiert natürlich hier noch nicht wirklich etwas. Denn das Erste, was wir machen müssen, ist, wir wollen, dass das Ganze sich mal animiert, damit wir überhaupt irgendwas sehen. So, um allgemein etwas zu animieren, brauchen wir jetzt zwei Variablen. Einmal X und natürlich, wenn wir X haben, auch Y. Hier sagen wir jetzt, wir würden gerne innerhalb unseres Events die Position der Maus bestimmen. Also hier oben sollte das 0,0 sein, hier unten sollte das der Maximalwert sein. Dazu gibt es ein Attribut, das nennt sich Layer Y und hier oben gibt es dann natürlich das Gegenspiel und zwar das Ganze mit Layer X. So haben wir diese beiden Positionen ergeben und wenn ich jetzt hier unten sage, console.log x,y, dann kann ich mir das auch ausgeben. Ihr seht hier der Maximalwert, hier oben quasi fast der Nullpunkt und das Ganze ist schon ziemlich gut. Wir wollen aber, dass, wenn wir hier oben sind, diese Zahlen von der Mitte aus negativ werden, sodass wir dieses Element verschieben können auf so einer gedachten Linie hier, die ein bisschen größer ist als unser Childelement. Um das zu tun, brauchen wir hier einen Wert, den wir davon abziehen können und zwar sagen wir hier einfach Event.Target. und sagen hier ClientWiz, also die Weite des Objektes durch 2 und das müssen wir natürlich noch einmal hier unten machen, allerdings nicht mit der Weite, sondern in diesem Fall mit der Höhe. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier oben bin, seht ihr, beide Werte sind negativ und das verändert sich, je nachdem, wo ich mit der Maus gerade bin. Aber wie können wir jetzt diese Werte an unser Objekt übertragen? Hierfür brauchen wir einen kleinen Trick und zwar sagen wir, wir wollen hier gerne etwas definieren und zwar, was wollen wir hier definieren? Eine Funktion, die nennen wir getChiles und hier übergeben wir unser Event. Aber was macht diese Funktion? Die müssen wir natürlich dafür erstmal definieren, um sie nutzen zu können. Hier sagen wir getChiles, Event und die übergibt uns einfach oder die returned uns einfach nur ein Objekt und zwar einmal mit dem Key Background und mit dem Key Element. Innerhalb dieser Funktion rufen wir jetzt quasi einmal auf Event.Target und dann sagen wir nicht QueryAll, sondern nur QuerySelector, also quasi nur ein Element, weil wir wissen, das ist maximal ein Element, nämlich unser Hintergrund. Und diese Zeile kopieren wir uns und fügen natürlich statt Hintergrund Element ein und haben jetzt hier unsere beiden Elemente selektiert. Das habe ich in eine Funktion ausgelagert, weil wir das mehrfach machen müssen später. Und hier können wir jetzt nämlich einfach sagen, okay, wir haben unser Background und unser Element und können damit jetzt weitermachen. Und zwar haben wir hier unten einmal unser Background und sagen Style und hier einfach Transform und rufen uns hier einen Template String auf, den wir jetzt nutzen können, um das zu animieren. Das machen wir ganz normal wie in CSS auch mit Translate und hier definieren wir uns jetzt einen kleinen JavaScript Part innerhalb unseres Template Strings und sagen, okay, wir wollen x durch einen Faktor, in unserem Fall einfach 6, der ist frei gewählt. Das ist quasi die Maßeinheit, wie stark ihr das animieren wollt. Umso größer die Zahl, umso weniger animiert es sich, umso kleiner die Zahl, umso mehr animiert es sich. Hier müssen wir natürlich auf y verweisen. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal und machen das für Element auch, allerdings mit einem kleineren Faktor, nämlich mit 4. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier rüber gehe, seht ihr unser wunderbares Icon animiert sich schon, aber es ist natürlich stehen geblieben in dem Moment, wenn ich das verlasse, weil wir dann kein Mouse Move Event mehr haben und dafür müssen wir jetzt weitermachen. Und zwar gibt es hierfür unsere Startfunktion und wie wird die genau aufgebaut? In dem Moment, wenn ich mit der Maus hier reingehe, möchte ich für etwa 150 Millisekunden dieses Icon und auch das Background Element animieren, aber direkt nach Abschluss der Animation wollen wir das wieder entfernen, damit wir quasi keinen ekligen Latenzeffekt hier erzeugen, wenn ich mit der Maus hier rübergehe. Wie machen wir das? Hier innerhalb von Start rufen wir jetzt eine Funktion auf, die nennen wir StartAnimation. Hier übergeben wir unser Event. Das Ganze kopiere ich mir jetzt einmal, füge das Ion ein, weil da, wo es eine StartAnimation gibt, gibt es auch eine EndAnimation. In dem Moment kann ich das Ganze abspeichern und sage hier oben, okay, ich würde eine neue Funktion definieren wollen, nämlich StartAnimation, wo wir unser Event übergeben. Das kopieren wir uns jetzt einmal, weil wie gesagt, es gibt hier auch EndAnimation und in dem Moment kann ich hier drin sagen, okay, was passiert bei dem Start unserer Animation. Das Erste, wir definieren uns unsere beiden Elemente, also BackgroundElement und hier unten füge ich quasi dieselbe Zeile Code ein. Allerdings sage ich hier, möchte ich nicht das einfügen, also das können wir einmal rauslöschen und wir wollen hier nicht Transform benutzen, sondern eine Transition. So sage ich Transition und wie auch in CSS sage ich All, 150 Millisekunden und Ease und natürlich gibt es das schöne Konzept, man soll sich nicht wiederholen, deswegen sage ich, okay, wir haben das als Variable und speichern das als Variable Transition ab und fügen das quasi hier unten einfach nur einmal ein. In dem Moment ist unsere StartAnimation fertig und wenn ich mit der Maus jetzt hier reingehe, animiert sich das, aber jetzt ist quasi das, was ich meine, wir haben jetzt so einen ekligen Delay hier drin, der sich irgendwie nicht gut anfühlt, den sollten wir hier rauslassen und dafür brauchen wir End Animation. Auch in End Animation definieren wir uns erstmal unsere beiden Objekte, zack, und sagen jetzt, diese beiden Objekte sollen quasi auch die Transition bekommen, aber wir wollen die ja entfernen, deswegen sage ich, kriegen die hier eine leere Transition. In dem Moment, wenn ich das jetzt so hier lassen würde und ich hier reingehe, springt die Animation quasi an, aber hört eigentlich direkt wieder auf, weil keine, die wird nicht abgeschlossen, wir warten keine 150 Millisekunden, deswegen sage ich jetzt hier Set Timeout, also wir pausieren unser JavaScript quasi einmal kurz und zwar fügen wir das mal kurz hier oben ein und sagen jetzt, wir würden gerne nach einer gewissen Zeit, nämlich nach 150 Millisekunden, unsere Animation beenden. Wenn ich jetzt hier reingehe, wird kurz animiert, aber wenn ich dann hier rüber gehe, ist das alles wieder flüssig, weil wir keinen Transition-Effekt mehr haben. Natürlich müssen wir das jetzt noch ein bisschen weiter optimieren und zwar sagen, wir haben hier eine Time und das ist auch die Time, die wir hier unten aufrufen wollen, die definieren wir uns jetzt noch ganz hier oben als Variable und sagen 150, sodass wenn wir die Time verändern, dass wir die nirgends im Code zweimal anfassen müssen. In dem Moment ist unser Start eigentlich fertig, dann legen wir mal damit los, wie wir das Ganze wieder zurück in die Mitte springen lassen können und wir fangen auch wie in den meisten anderen Funktionen damit an, erst mal Background und Element zu definieren und dann sagen wir, okay, wir würden hier gerne unsere Animation einmal starten und natürlich müssen wir unsere Animation auch hier wieder beenden, sodass die quasi nicht permanent da ist. Hier zwischen würden wir gerne unsere Position verändern. Dafür kopiere ich mich hier oben einfach unsere beiden Zeilen, weil das kennen wir ja schon und sage, hier haben wir ja einmal die X-Position und die Y-Position und die wollen wir einfach auf 0 setzen, sodass das wieder komplett in die Mitte springt. Und das mache ich jetzt einfach einmal und in dem Moment können wir das Ganze abspeichern und wenn ich jetzt mit der Maus hier reingehe, animiert sich unser Element, wenn ich jetzt hier rausgehe, springt es wieder zurück in die Mitte. Man sieht jetzt so ein kleines Flickern, das können wir ganz schnell entfernen, indem wir hier aus Red Transparent machen, das schließen, das hier schließen und damit ist unser Effekt hier auch schon wunderbar fertig. Ihr seht, funktioniert wunderbar. Ihr könnt das mit allem benutzen, was ihr wollt. Ihr könnt die Timing-Funktion, die Faktoren, wie weit das quasi animiert werden soll, natürlich verändern und da könnt ihr einfach mal in die Kommentare posten, was ihr damit umgesetzt habt. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, findet ihr dort jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diese Shell supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020